Bei einem Let's Play Reckless Racing Demo-Spiel. Ja. Das ist mal was anderes. Ich wollte mal was anderes ausprobieren. Ganz schön laut. Schaut mal ganz kurz. Machen wir kurz etwas leiser. So, ja. Ist bloß ein Demo. So wie ihr seht. So. So, es geht los. So, ja. Das ist ein kleines billiges Spiel. Aber es macht Spaß. Wurde bloß mal ein Video davon machen. Könnt mir in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Spiel findet. Dann werde ich mir entweder die Vollversion holen oder nicht. Mir macht es eigentlich ganz viel Spaß. Es ist eigentlich ganz lustig, das Spiel. Ich kann es bloß empfehlen. Das tut zwar kacke, aber... Witz zu machen. Ja, allein mal die erste Runde erste. Passt ja. Ja, ich bin mir ganz gut eigentlich aus dem... Ach, das ist ein Elimination oder was? Fick. Fick it. Fick it. Fick it. Fick it. Fick it. Nein, nein. Ist mir egal. Ist mir egal. Es muss so eine. Sag, ich werde nicht erklärt hier. Fick it. 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 Wir sehen uns das nächste Mal zum Minecraft wieder, wissen wir ja, wie immer. Ich habe ja schon ein Video, das werde ich auch nachher hochladen, da stelle ich schon ein paar Fragen, werdet ihr dann selber sehen. Haut da rein. Abonniert mich bitte. Tschüss.